Herr Scheibenreif, Sie sind Mitarbeiter bei der ZAMG. Stimmt es, dass sich das Wetter ändern wird? Das ist richtig. Zwar noch nicht morgen, aber übermorgen, am Sonntag, kommt eine Kaltfront herein und die bringt dann einiges an Niederschlägen und eine Abkühlung. Die Niederschläge werden zum Teil auch kräftiger. Sonntag bis Montagfrüh erwarten wir landesweit so 30 bis 50 mm. Wo wird die Schneefallgrenze erwartet? Die sinkt deutlich, ist morgen noch bei 3000 m. Sonntagfrüh sinkt sie so gegen 2300 m. Und Sonntagabend bzw. in der Nacht auf Montag kann es dann tatsächlich bis 1500 m herunterschneien.